Ich hab nen Hit abgekriegt. Ah, der andere. Den hab ich. Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge Battlegrounds. Mit eingepackt natürlich, Fresh Fries und den guten Natze. Hallo. Wo wollt ihr den runter? Jo. Wisst ihr das wieder nicht? Mensch, Mensch, Mensch. Ah, ne, sind gar nicht passiert. Da kann man nie im Leben hin, Fresh. Bananen? Da mag hier halt was anderes. Na, Tier. Da kann man nie im Leben hin. Ja, da kommen wir hin. Ah, ja, dann fliegen wir da hin. Mehrheitsentscheidung. Dafür lädst du aber auch hoch. Ne, ne, wenn du länger überlebst, lädst du hoch. So sieht's aus. Schlief doch noch greifen. Ich geb mir Mühe, dass sie nicht allzu lange... Raus. Bitch, längst raus. Ja, ist ja gut, dass du längst raus bist. Boah, Ecker, sie sind raus. Ne, der spielt nicht mit. Ich seh gerade, ich bin Nazis erste Markierung nachgeflogen. Du bist in die andere Seite gesprungen. Ja, ja. Läuft bei dir. Ja. Ja, geht so, ne? Ja. Du tust alles dafür, dass du als erstes kippierst, ne? Ja, ja, man muss ja... Kann uns ja mit dem Auto dann abholen. Ihr könnt mich mit dem Auto abholen. Also, hier ist zumindest keiner. Richtig. Bei mir hab ich jetzt auch noch keinen gesehen, aber... Du gehst ja auch am Abend... Du lootest die Häuser hier oben. Ich renne ein bisschen südlich. Mach das. Ich bin noch nicht mehr auf dem Boden und die ersten sind schon tot, ey. Ja, ja, sind wir ja doch über die Militär-Base geflogen. Da ist ja immer Party, kennst du ja eh. Oh, Handschuhe! Mensch! Ich hoffe mal mit integriertem Stahl, damit du einen besser herschlagen kannst. Und einen Helm! Und einen Helm! Und einen Helm! Und einen Helm! Benzin-Kanister! Und noch keine Waffe! Oh! Armes Nutze! Hast du wieder dein Glück gefunden? Ja, aber einen Rucksack hab ich schon mal. Das ist doch schon mal... Dann... Dann findest du auch keine Waffe, das weiß ich jetzt schon. Wenn du einen Rucksack gefunden hast, bist du in dem Haus nicht mehr glücklich mit einer Pistel oder so. Falsch! Ich hab eine! Ohne Scheiß, der Lacke! Da callt mal was und dann sowas. Falsch gecallt. Ja. Setzen sechs. Bin ich gewöhnt von früher. Setzen sechs, oder was? Naja. Wie früher in der Schule. Ja, genau. Ja. Ich hab mich immer so lange gesetzt, bis ich die Klasse wiederholen dürfte. Nee, eigentlich nicht. Erste Hilfkoffer. Ich hab nie eine Klasse wiederholen müssen. Energy Ruck... Ich auch nicht. Rucksack... Rucksack Stufe... Nee, das ist auch Rucksack Stufe 1. Scheiße, hab ich mich sogar noch verguckt. Verdammt! Er freut sich schon um Stufe 2 Rucksack, ne? Boah! Ja. M16A4. Mit dreimal Moon. Nice. Ah, ich hatte... Der Lacker. Ich hatte einen Rohpunkt für dich und so. Momentan noch, bis ich eine Waffe finde. Nice. Wie, du wolltest noch eine... Ich hab einen Vierfachsucher. Mensch! Erkönnt sich richtig, weiß er? Hast du schon eine Knifte, wo du es aufbauen kannst? Nein! Ja, also. Ich hab Energy Drink, was wollt ihr überhaupt? Ja, hab ich auch schon. Ich hab jetzt zwei erweiterte Magazine für eine AIR. Ah, hier geht sogar noch oben. Ah, okay. Ich hab eine SKS. Oh, zweimal Skop. Immerhin. Besser als nix, ne? Ich hab mir schon... Polizeiwässer Stufe 2. Warten wir ihn noch so. Kann man nicht benutzen. Läuft bei dir. Okay. Ich hab eine Stufe 1. Ich hab nicht mal nen Helm. Ich hab jetzt nen Helm gefunden. Ablaufs Auto. Ah. Hätte ich eher meckern. Äh... Ich nehm die Umpel, glaub ich, mit. Wir sind beides... Wir sind alle safe. Ja, Mann. Ich bin am anderen Ende der Safe. Hm. Ich hab immer noch keine... Wichtige... Waffe. Ich geh mal zum Auto. Du bist halt wirklich am anderen Ende. Ja! Das liegt hier in Schrotze. Du übertreibst so richtig. Ach, das war gar kein... Oh, nein. Das ist kaputt. Ne Auto war es aber kaputt. Ne, ist sein Auto. Ah, hier steht aber eins. Das ist ja praktisch, ne? Ja. Kompensator hätte ich noch ne... Für ne AR. Ich fahr mal in eure Richtung. Ja, mach das mal. Mach das mal. Mach das mal. Querfett ein. Ah, Rohpunkt kann ich brauchen. Sieht hier. Neun Millimeter nehm ich mir noch mal mit, weil so viel hab ich jetzt nicht davon. Jetzt hab ich 135. Das dürfte reichen. So viel versteht sich eh nicht im Leben. Wir sind das nicht von neun Millimeter. Ne, pfff. Ja, außer du findest ne Schalli für. Also dann ist das schon nice. Gerät. Ich hab ne Schalli für ne Pistole dabei. Ich bräuchte nicht für ne Pistole. Ich bräuchte für ne, äh, für ne MP. Ah, den hab ich nicht. Fuck! Ich bin gerade in die rote Zone reingefahren. Komm ich da noch durch mit Martha? Warum nicht? Kommt drauf an, wann sie angefangen hat. Gerade eben. Na ja, dann kommst du locker durch. Dauert ne halbe Ewigkeit, bis das mal wirklich startet. Ah, Rucksackstufe 2. Wo ist denn die rote Zone vorbei? Ah, endlich ne M16. Ich würd mich ja... Ah, ne. Hat sich erledigt um dem Vierfachsucher. Ah, krass. Wollte ich gerade sagen und dann finde ich einen. Okay. Kann ich jetzt bitte für ein Schnellfeuergewehr noch ein Magazin oder so finden? Leck, 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 leck. Bin ich hier unterwegs. Läuft bei dir? Bei mir ruckelt das auch, aber ich glaub das liegt mittlerweile irgendwie ein bisschen an OBS. 15 FPS. Läuft bei dir. Bei mir liegt noch ne S12K. Also die Autoschrotze. Das ist so schön. Aber die will ich nicht. Naja, jetzt reicht's aber mal mit 9mm 180 Schuss. Das reicht. Bevor das ich mir mein Inventar zumülle. Wenn ich bei euch bin, sollte der Sprit leer sein. Na dann läuft ja. Ja. Hier habe ich irgendwo ein Dingens gefunden gehabt. Nehm noch nen Kompensator AR mit und ich hätte drei erweiterte Magazine mittlerweile für ne AR. Ja, so ein erweitertes Magazin würde ich auch ganz gerne noch nehmen. Ja. Auf. Hier steht aber... Ah, da kann man nicht zu dritt drauf, ne. Auf so'n Kart gedönst, oder? Ne. Kann man nur zu zweit. Hi Fresh. Guten Tag. Haben sie hier alles schon gelootet? Na fast alles. Hier liegt noch ne Umpe. Ne. Ne. Ich hab ja nur ein Dingens. Ne. Wat haste? Ne. M16A4. Achso. Äh, warte kurz. Fresh. Stopp. Ich hab hier ein bisschen was für sie. Jetzt kommt's. So. So was hier, so was hier und so was hier. Rotpunktwiese könntest du wieder mitnehmen. Okay. Und die erweiterten Magazine waren beides dasselbe. Mensch. Wie ich auf einmal keinen Platz mehr habe. Ah, ne gar nicht. Ich hab nen Kompensator hingeworfen. Ja, ja. Den Kompensator hab ich nicht gesehen. Danke. Äh, hast du nur eine Waffe, oder? Ja, ja. Okay. So, wo gehen wir hin? Mal ne gute Frage. Bisschen mittiger, ne? Wir könnten uns so erstmal Richtung Süden vorarbeiten. Ah. Weil da sind noch ein paar Häuser. Ich glaub da ist jetzt nicht so viel runtergekommen. Gut, das weiß man immer selten. Aber ich guck mal mit meinem Vierfachsucher. Ich seh bis jetzt nichts. Ich bin da. Nein. Ich könnte nachhelfen. So ist nicht. Hahaha. Nicht genug Platz. So nen Scheiß aber auch. Dein Rucksack ist schon wieder voll. Mhm. Bist du irgendwo gegen gefahren, Fresh? Naja, ich bin zu früh ausgestiegen. Achso. So ein Mikro. Nein. Hast du dir den Fuß verstaucht, oder wie? Wahrscheinlich. Ne, den kleinen Zeh. Das ist echt nichts. Ich wüsste aber auch nicht hoch rein. Ne, das ist... Ach, Rucksack Stufe 2. Geht doch. Ja, hier geht das Lupen hier weiter. So, ich nehm gleich das zweite rote Haus. Du kannst ins erste reinlaufen. Wenn hier irgendwo ein Eingang ist, ja. Ja, natürlich. Auf ner Vorderseite natürlich. Ja. Dass man schön abgeschossen werden kann. Hm, Tür schließen wir. Hier ist ein Rucksack im Übrigen. Ja, ich hab schon einen. Ja. Ah, ein Quickdraw Magazine für die Uppe. Oh. Eine M16A4. Ich hätte hier Sprit gefunden. No, 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 no. Können wir noch mal zurücklaufen. Äh, was hast du für ne Waffe? M16A4. M16A4. Achso, ich hätte gemeint, du hattest ne M416. Nein, nein, nein. Dafür hab ich aber auch schon die Sachen dabei. Hätte ich das taktische Lager. Oh, viermal so ein Mal. Ah, läuft. Dann hat jetzt jeder von uns einen Vielfachsucher, oder? Ja, ja. Gut. Dann aber auf den Berg und chillen. Nur auf der Umpe hab ich ein Zweifach. Ich hab auf meine anderen M16A4 Zweifel. Ich könnte vielleicht noch 7 62er Mumfer tragen, da hab ich jetzt nur 60 Schuss für. Wie ist das so eine kleine Tüter geh ich noch rein? Na, ich geh hier vorne noch rein. Aber dann ist gut. Dann dürfen wir uns schon langsam sammeln. Falls jemand noch eins braucht. Nee, da ist mir Ruhpunkt lieber. Ruhpunkt lieber als Zweifel? Ja. Definitiv. Da vorne ist das nächste, sind die... Ach du bist hier schon rüber gelaufen. Ja. Yes, ich hab ein Schally für die Umpe. Ne? Ich lauf hier links zu den Häusern. Ja, mach das. Achso, unterhalb des Vs. Boah, ich hab ne M4 16 gefunden. Will einer meine Umpe, oder? Nö, nö, ich hab ne Umpe. Ja, ich hab da zwei M16A4s. Ja, ich nehm dir den Schally mit. Rucksackstufe 2. Was hältst du davon? Erweitertes Marker 10. Boah, und direktes taktische Lager liegt auch dabei. Hätte ich die auch geben können sonst. Ja, nee. Muss nicht. Ah. Hier liegt noch ein taktisches Lager bei mir. Spams, Spams. Ruhpunkt drauf. So, die kann ich rausschmeißen. Die kann ich rausschmeißen. Die kann ich rausschmeißen. Biko 10, nein. Energy. Also. Das gefällt mir schonmal. Eine M4 16 gefunden. So, worum auch nicht. Neue ich schon. Ja, ich weisch. Vor allem fast komplett, komplett equipped mittlerweile. Hm. Da liegt sogar nur AKM. Ach, gute 2. Aber keine Muni mehr dafür, weil ich die mitgenommen hab. Weil ich die Fäde SKS brauch. Noch. Noch ein Verband. Dann ist der Rucksack schon wieder voll. Wenn ich jetzt noch ein Schali für die SKS find, bin ich extrem glücklich. Sonst keine Wünsche. Ne. Ne, ne. Sonst. Verband. Ein Helm Stufe 2 oder so wäre nochmal was cooles. Hab ich. Eine Bratpfanne. Wer sagt's denn. Na, die hab ich schon lang. Ja, du. Naja, ich. 39 Leute nur noch. Was ist denn jetzt kaputt? Meine Ahnung. Hier ist noch so eine Mini-Hütte. Wo ist es die Safe sind? Wir sind dran, okay. Dann ist er gut, wenn wir drin sind. Monatschen. Luftklappe brauch ich nicht. 7.62er nochmal gefunden. Da hinten kommt irgendwo Natsa. Treff ich. Gehst du zu der Hütte da? Oder das? Ja, ja. Ich geh hier hinten rüber. Warum? Ja schon. So, ich hab glaube ich hier fast alles durchgelootet. Bei Häuser vielleicht noch. Hier wurde eine Smoke geworfen, fresh. Man muss ja die Häuser mal markieren. Ich sag dir, irgendwann kriegt der nochmal eine Splittergranate am Kopf gezimmert. Ey, irgendwann. Warte, da haben wir auch eine. Dass du jetzt einen von uns ausnockst. Ich hab jetzt vier Splittergranaten dabei. Echt ich nur eine? Ich hab drei. Ich hab drei. Ich könnte ja mal eine droppen. Na, reicht schon. Hier, fang. So ungefähr. So, ich leg mich mal kurz hier hin. Nehmen wir mal eine Scar anstatt eine Dings. Das kann man wieder abmachen. Das kann man wieder abmachen. Oh, jetzt hab ich auch so in die falsche Moon aufgesammelt. So, geh mal ungefähr hier hin dann. Oder hier hin. Hier zu den Häusern. Ich glaub, da kann man sich gut vercampen. Weil das relativ mittig in der Safe Zone ist. Was nehm ich jetzt mit? Nehm ich jetzt die Vector mit, oder? Äh, können wir uns jetzt mittlerweile zusammenfinden? Nö. Das musst du wissen, was dir lieber ist. Äh, ich pack mal hier kurz meine Scar zusammen. Ja, mach das ruhig. Oh, okay. Dann folge ich unauffällig. Es wäre nett, wenn es unauffällig ist. Äh, 105 von mir aus. Dich, Leute. Also in der großen City von dir südlich, Natze. Okay. Da ist grad einer gelaufen. Ja, ich muss eben für die Vector noch ein bisschen Munition sammeln. Für die Vector? Ich mach immer das Team. Der hinten an den Häusern, oder? Ja. Da hab ich einen laufen sehen. Wohin ist der gelaufen? Nach rechts, oder? Äh, eher nördlich. Ey, sonst fliegt hier überall so viel 45er Munition rum. Wie konnte man nochmal das Korb hochstellen? Äh, Bild hoch und Bild runter. Okay. Ich seh ihn halt grad nicht mehr. Oh nicht, aber falls ich ihn seh. Ich seh ihn, in dem roten Haus ist einer. Mit dem roten Dach, oder das ist da drin eben? Das erste gleich. Äh, das nördlichste von allen. Da läuft einer drin rum. Also das weiße Haus mit rotem Dach. Nee. Nicht das. Das erste rötliche Richtung Norden. Da kommen zwei raus. Ja. Ich schieß. Ich hab ihn angezeigt. Er rennt weg, er rennt hinter das Haus. Ja. Der andere ist die andere Seite ums Haus gelaufen. Der zweite rennt durchs Haus durch. Wie viel Meter sind das wahrscheinlich bis dahin? 2 bis 300. Einer hüpft weg zur Seite. Hit! Er ist da an der Mauer, hat er sich hingelegt. Am... Innen oder? Der... Außen noch. An dieser kleinen Mauer. Der ist noch nicht rein. Der läuft jetzt wieder nach rechts. Hit? Nice. Irgendwas, du, du, du. Okay. Der ist hinter das Haus gelaufen, glaube ich. Na, die probieren dann nach rechts weg zu kommen wahrscheinlich. Ist doch die einzige Chance von denen. Und die beste Chance von denen. Wenn man ehrlich ist. Ich komm mal zu euch rüber. Ich komm mal zu euch rüber. Ich lauf mal weiter südlich. Die fahren mit dem Auto weg hinten. Ja, ich sehs. Ja, jetzt seh ich das Auto auch. Fährt den Berg hoch. Keine Chance zu treffen, ne? Schießt du gerade, ja, ne? Ja. Gerade? Ich seh sie nicht mehr. Geil, geil. Scheint aber einer ausgestiegen zu sein, weil da wurde gerade einer... Hat sich gerade einer überrollt. No, einer wurde überrollt, ja. Ja, super. Statt, dass er uns gleich den Kill schenkt. Nee, kann ja auch sein, dass das halt anders wird. Muss ja nicht. Ich glaub nicht, dass das großartig ein anderer war. Oder dass die jemanden überfahren haben auf der Flucht. Es könnte auch sein. Oh, da vorne ist rote Zäune. Ein Baum läuft weiter. Oh, Natse. Ach so, fresh. Nee, ich bin noch nicht bei euch. Jetzt wird wieder einer überrollt. Ich komm aus Norden. Leute, der hat sich selber getötet und dann noch einen überrollt. Vielleicht war das doch das. Guck gerade, ob hier in den Häusern welche drin sind, aber sieht nicht aus, oder? Äh, ich glaub, die haben wir gut rausgejagt. Haben wir ja jetzt auch nicht so schlecht getroffen, ne? Geht schon besser, aber wahrscheinlich... Ja, besser geht's auch alles. Frisch hat ein bisschen Schaden gekriegt. Den hatte ich schon vorhin. Wir sind auf jeden Fall hier immer noch safe. Achtung, ich komm jetzt von deiner linken Seite, MG. Okay, super. Da kommt einer. Wo? Ja, von deiner linken Seite. Arschfee, Alter, ey. Arschfee? Das ist jetzt das neue. Das hab ich auch noch nie gehört, Arschfee. Ja. Bück dich, Fee. Bück dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. Eieiei. Also hier in den Häusern ist, glaub ich, keiner. Glaub ich auch. Ohne Garantie natürlich. Ich würd mal sagen, wir hüten Richtung, äh, Hügel vor. Ich renn mal. Wir sind doch noch safe. Warte doch erst mal. Ja, lass mich halt erst mal laufen. Ja, dann lauf. So Testzwecke. MG wäre als erster Störm. Wer will ihm zuerst im Rücken schießen? Du oder ich? Nein, nein, ich renn mit. Ich schieß nicht. Nein, du beschmeißt andere Leute aus dem Team nur mit Granaten. Mit Smoke und Flash, wow. Da hat schon wieder einer mit dem Fahrzeug überrollt. No, jetzt. Ah, wie gesagt, das muss der nicht gewesen sein. Reicht's aber bald mal. Ja, aber es hat gerade so mit dem Auto gepasst, weißt du? Mhm. Oder die kommen frisch aus H1Z1 zu versuchen während der Fahrt immer noch rauszuspringen. Das könnte auch sein, aber dann hätte er sich selber überrollt. Das war davor einer. Nicht, wenn es sein Teammate war. Gut, stimmt. Touché. Also ich weiß nicht, ob da hinten im einzelnen roten Haus jemand war. Habe ich nicht drauf geachtet. Vorhin. I don't know. Ei, ei, ei. Aus Südosten oder 120 kommen Schüsse ungefähr. Mhm. Die drei sind gestorben. Ich geh vorne an den Baum. Mach das. Ich geh auf den Links. Ah, ich geh sogar zu dem Stein. Kann ich in Pusheen? Geh rein gucken. Oh, da unten liegt der Airdrop. Wo? In einem Busch. Süd 195. Ah, da, ich seh ihn auch. Okay. Genau auf der Freifläche. Ich aim ihn mal ab. Ne, ich kann nicht genau. Ja, doch, ich kann sehen. Also gerade knapp kann ich sehen. Sonst habe ich die Blätter vom Baum nahe. Wie viel Meter werden das sein? 200? 300? 200. Stell ich mal an. 200. Seit wann hat der überhaupt auch schon Gas, so ein bisschen? Immer schon. Und immer. Wenn die länger liegen, geht der halt irgendwann das Gas aus. Deswegen ist es mir wahrscheinlich noch nie aufgefallen. Weil ich nie als Erster da war. Ist der gerade frisch runtergekommen oder wie? Ja, ja. Relativ. Guckt auch einer nach hinten? Ach ja, ich hab ja noch... Ihr guckt zu weit nach hinten, oder? Nein. Ich guck zum Airdrop. Gucke Richtung Süd ungefähr. Jetzt zum Airdrop brauchst du nicht gucken. Ich sitz rechts von dir. Gucke ich eigentlich schon hin. Nice. Sind wir safe? Wir sind safe. Da fährt ein Auto. 195 beim Airdrop. Wollen glaube ich auch gleich zum Airdrop hin. Soll ich helfen? Oder nur sichern? Ah, ne. Warte erstmal. Die fahren weg, die fahren weg, die fahren weg. Die fahren jetzt wieder Richtung West... Jetzt fahren sie ein bisschen Richtung Airdrop. Aber jetzt fahren sie wieder rum. Ne, sie fahren nicht zum Airdrop. Sie kommen eher in unsere Richtung. Scheiße. Ja, die kommen hier hoch. Die kommen hier hoch. Ja, genau zu meinem Baum, ey. Ist einer. Ne, zwei. Habe ihn ausgenockt ein? Ich habe einen Hit abgekriegt. Ah, der andere. Den habe ich. Nice. Und du hast den anderen, ja. War ein Team. Es sind beide tolle. Gut, sauber. Ich gehe hin und hole mir den Ghillie Tees, wie gut. Ja, hol dir, was du willst. Nice, 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 Jungs. Gut ist, dass die mich nicht gesehen haben. Die haben sich nämlich so an den Baum gelegt, dass die direkt in meinem Visier waren quasi. Nur ich hatte noch hochgestellt, deswegen war es nicht so leicht, die zu treffen. Wir sind auch immer noch ziemlich mittig safe, ne? Das ist echt. Ich sehe einen an der Kirche. Wo ist die Kirche? Welche Richtung? Wird jemand den Achtfachsucher haben, der hier drin ist? Meiner, 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 einer. Ja, komm her. Liegt noch drinne und ein Vierfachsucher liegt noch drinne. Vierfach habe ich. Brauchen Achtfach. Wo ist er? Wo ist er? Achtfachsucher auf die SKS ist natürlich schon Premium. Die an der Kirche sind doch ein bisschen was schwerer zu treffen. Wenn die jetzt überhaupt noch da sind, da wurden gerade wieder zwei ausknockt. Wir sehen immer wieder an der Kirche. Der ist am Dach oben. In welche Richtung ist denn die Kirche? Äh, zwischen 30 und NE. Hm, Gility Suit gefällt mir. Shit! Ich schieße in den Boden vor mir. Ach du hast geschossen. Ich dachte so, shit, der Gegner holt dich. Und jetzt hat er uns verraten. Ja, da hat er vorher schon geschossen. Okay, der Airdrop ist jetzt im Gas. Okay. Ja, wie soll man es auch nennen? Schutzschild, Gas, Barriere. Blaue Zone. Im nicht sicheren Bereich. Wow, auf ein Stein wird geschossen. Echt? Ja. Wir sind immer noch sicher. Muss mich hier, glaube ich, verlagern. Von wo schießen die denn, weißt du das? Von der Kirche. Von der Kirche. Das ist immer ne gute Entfernung. Ja, deswegen hat er ja zum Glück nur die Schein getroffen. Muss man ja sagen. Nicht vom Stein. Weil Puschinski raus. Ja. Ja. Die müssen also von da weg. Guckt einer hinter uns? Fresh? Ja, ich guck überall. Ich beobachte die zwei an der Kirche. Es sind halt nur noch zwölf Leute insgesamt. Ja. Aus der Kirche läuft raus. Fresh steht auch gar nicht offensichtlich, ey. Und auf den Stein drauf. Ja, ich muss ja auch bisschen den Überblick haben, ne? Wenn du schießt, okay. Die sind am Baum bei der Kirche. Einer ist außerhalb des Spielbereichs gestorben. Ich weiß sogar. Ich hab die... Ich weiß gar nicht, wo die Kirche ist. Nord... Äh... Nord-Ost. Ach da. Okay. Ich geh mal vom Stein runter, weil die werden jetzt wahrscheinlich alle in unsere Richtung so ein bisschen kommen. Ja, die haben halt da noch Deckung, oder? Weiß es nicht. Eigentlich nicht. Die müssen hier komplett drüber. 10 Sekunden. Dann werden die aus... Wird das Massenlaufen aus Pochinki beginnen. Ich sehe einen. Ich treffe ihn nicht. Der läuft quer zu mir. Vorschießen. Ja, ist gut gesagt, ne? Muss man auch erst mal wissen, wie viel. Oh, ich muss niesen. Gesundheit. Ah! Danke. Oh, Bildschirm ist tränkig. Ich muss meinen putzen. Alles voll gemacht, oder wie? Nein, nein. Okay. So, jetzt wird dies, äh, wird's kleiner hier. Okay, wir müssen uns dann auf jeden Fall ein Stück bewegen. Probier mal so ein bisschen zu hinterlaufen, um zu gucken, ob hier noch jemand ist. Hier oben am Baum. Wo? Ausgenockt. Den ist dann noch irgendwo einer. Sei vorsichtig. Ja. Ah, äh, hinterm Stein, hinterm Stein. Hab mich weggemacht. Der hat dich direkt gehört. Oh, fuck. Oh, Micha. Oh, da vor mir. Der holt den Kollegen, der holt den Kollegen. Ja, ich werd komplett gehört. Du schießt auf mich im Dorf. Ja. Ja. Oh, scheiße. Naja, naja. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt dir einen Daumen nach oben. Ja. Weitere Videos sind hier. Und ja, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.